Hey da draußen, hier ist wieder der Flex von Strong & Flex und die heutige Übung ist extrem funktionell für Läufer und natürlich für alle Sportler, für die Laufen, Sprinten, Rennen, Springen täglich Brot ist. Wie sieht Laufen in etwa aus? Die Übung, die ich jetzt zeige, ist auf den ersten Blick mal eine Wadendehnung. Joggerläufer sind ja nicht so fleißig am Dehnen und überhaupt im ganzen Leistungssport wird es glaube ich immer noch recht vernachlässigt, aber Wade wird gerne mal gedehnt. Und so, ich lehne mich irgendwo an und stretche die Wade. Jetzt möchte ich einfach da mehr Qualität für dich reinbringen, dass du einfach, wenn du schon da Zeit reinsteckst, dass du auch das Maximum rausholst. Und zusätzlich zur Wadendehnung bekommst du jetzt noch einmal Arbeit für den Hüftbeuger. Der muss besonders stark sein, wenn du schnell sein willst. Und zeitgleich, das ist so ein Phänomen des Körpers, nenne ich es mal vereinfacht, wenn wir den Hüftbeuger maximal nach oben aktivieren, aktiviert sich auf der anderen Seite auch der Hüftstrecker in Persona Po-Muskulatur. Und das packen wir jetzt alles zusammen. Kameraperspektivenwechsel. Bitte an die Regie. Packen wir jetzt zusammen in folgender Übung. Also, du brauchst eine Wand. Irgendetwas, wo du dich anlehnen kannst. Dann gehst du dann in den Unterarmstütz dran. Dann suchst du dir einen Abstand. Ich mache das Ganze jetzt mal bei meinem linken Bein, bei der linken Wade. Das ist jetzt mein Standbein. Dann suchst du deinen Abstand, wo du schon eine leichte Dehnung spürst. Also nicht zu nah, aber auch nicht zu weit weg. Wobei man damit ein bisschen spielen kann und auch gerne soll. Wann immer wir auf unseren Füßen irgendwas machen, stell die Großzehe anständig hin, falls ihr das noch nicht von Natur tut. Fächere die Füße ein bisschen auf. Und jetzt passiert Folgendes. Links ist mein Standbein. Rechts gehe ich einfach auf die Zehenspitze. Und mit jeder der folgenden Ausatmungen ziehe ich jetzt mein rechtes Knie so hoch ich kann. Aktiviere den Hüftbeuger und bringe meine linke Hüfte nach vorne in die Streckung. Jetzt fährt die Dehnung in der Wade hoch und ich kriege eine sehr, sehr hohe Po-Spannung auf der linken Seite. Das ist genau das, was wir wollen. Einatmen gehe ich ein bisschen raus, setze den Fuß wieder zurück und ausatmend gebe ich wieder Vollgas. Also wichtig ist, dass du maximal rechts die Hüfte beugen willst. Den Hüftbeuger aktivierst, das Knie so hoch ziehst, wie du kannst und die Hüfte nach vorne unten durchschiebst. Und dann kannst du gerne auch die Po-Muskulatur nochmal zusätzlich aktivieren. Und je nachdem, wie der Stretch ist, wenn er dir zu wenig ist in der Wade, gehst du eben einfach nochmal ein bisschen weiter raus. Und dann wird es entsprechend mehr Dosierung würde ich mal pro Seite einfach zehn Wiederholungen machen und dann mindestens mal einen Durchgang, besser zwei, drei, um einen guten Effekt zu erzielen. Das ist eine funktionelle Übung für Läufer und das hier ist unseres Erachtens der einzig funktionelle Schuh für Läufer aktuell am Weltmarkt. I'm an addict. Ich feiere den Schuh, wir feiern den Schuh im Beschreibungsfeld der Link. Große Zehenbox, Kante Drop Zone, perfekte Sohle, flexibel. Das ist der Shit für die Läufer. So, bitte mach dir noch eine Mühe, gib ein Däumchen nach oben für das Video, dass es besser gefunden wird. Teile es mit deiner Sportler-Community, Movement-Community, in die du hoffentlich eingebettet bist und nicht allein auf weiter Flur. Hier oben kannst du uns abonnieren, falls noch nicht geschehen. Danach immer die Glocke aktivieren, damit du auch eine Info bekommst, wenn wir ein neues Video hochladen. Hier geht es zu Instagram und hier zu zwei unserer letzten Videos. Der Flex ist wieder raus, bis zum nächsten Mal. Ciao.